ja das habe ich befürchtet das habe ich befürchtet dass ich dann wieder zurück teleportiert werde wahrscheinlich werde ich es auch nicht schaffen dingen zu erreichen bevor ich da irgendwas gemacht habe feurer das ist schlecht blitzgar blitzgar ist aber halbiert ero ero ist auch halbiert wenn dann wahrscheinlich eis was ist denn das chef pudding ok drauf da drauf da drauf da drauf da drauf da macht er nicht so viel macht eher wenig widersteht dem ziemlich ganz eis sieht gut aus eis ist schwäche tatsächlich einmal ganz kurz hier in heiltrank weil die machen ja doch der mensch so gehe ich einfach mal die blockenhaltung hier während da toto verderben ansetzt bis halt die 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 blaue leise voll ist so und jetzt eis attacke eis attacke ich will doch nur ein eis so ok bitte warten mehr warten ja ist ja gut so aber schockfrosten bitte mehr schockfrosten so und angreif ihn ich glaube ich schaffst du ich glaube ich schaffst und da ist der ellen hat ja auch nur eine halbe stunde gedauert aber es hat geklappt irgendwie ok weiter geht's oh shit oh ok weißt du was eis attacke eis attacke eis attacke eis attacke mach mal so hier und so auch nochmal einfach mal weil ich es kann so und dann hier rundumschlag geht auch haben wir zwei benutzt zwei von den ep punkten und einen wieder hergekriegt ist ok kann man machen ich bin auch genauso verwirrt lightning ich bin auch genauso verwirrt da ist yule zu ihr muss ich hoch das heißt über den ach du schätze so hatte ich euch denn schon schwäche feuer ok das kann ich so mir ist gerade echt nicht drin weil ne mangels gedöns mangels gedöns ist aber gut so warte feuer jetzt wo sie alle auf einem haufen sind erst recht ach so mehr ist nicht na gut geht doch ok hallo yule ja wie immer hallo hallo Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sarah, are you there? Can you hear me? Yes, yes, I can hear you. I've been waiting for such a long time, just to see you. But I'm coming home now. It's been a long journey, and it's almost over. I've got so many things I want to tell you. Yeah, me too. Lightning, you're just like I remember. We haven't seen each other for so long, but you won't let on that you're glad. You're my sister. You know me better than that. Like you always tell me, I don't wear my heart on my sleeve. Yeah, the number of times Snow and I tried to get you to crack a smile, but we never could, except for that one time. You've always been like that, even when we were kids. But Light, when you've done your mission and I come back, promise me that you'll smile for me then, okay? Sarah was right. Ever since I could remember, even as a child, I always kept my feelings deep inside. But this time, it wasn't a mask, and I wasn't hiding my joy. When I saw Sarah, I didn't feel anything at all. It's like, whatever love I'd had for her, was gone from my heart. Und wer ist schuld? Dieser seltsame Gott. Von dem ich ja bisher auch noch nicht so überzeugt bin. Muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Ich bin von dem Gott bisher nicht beeindruckt. Ich meine, was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Aber... Bisher... Hm. Vier Tage bis zum Weltuntergang. So langsam sollte ich mich beeilen. Oh, was haben wir denn hier? Eine Bronze Malefizite. Machen wir mal fünf. Medikada. Eine EP-Fertigkeit. Schwarz-Magie und Weiß-Magie erhalten. Erzengel. Erzengel? Was soll ich denn mit Erzengel? Also halt, früher, Final Fantasy, war halt Engel zum Wiederbeleben und Erzengel war für Wiederbeleben mit vollem Leben. Wir gucken uns das mal kurz an, hier. EP-Fertigkeiten. Medikale. Hebt sämtliche negativen Zustandsveränderungen auf. Erzengel. Halt Kampfunfähigkeit und füllt die TP abhängig vom EP-Verbrauch ab. Aha. Aha. Also, wenn ich tot bin, kann ich dann nochmal Erzengel verwenden, ja? Okay. Gut. Ähm. Jetzt haben wir aber auch noch bei den Kampfgarnituren vielleicht so das eine oder andere Neues. Zumindest nichts, was mir jetzt unbedingt weiterhilft, leider. Ähm. Hier auch nicht. Ein Schild. Das mir jetzt auch nicht weiterhilft. Äh. Tö, 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 tö. Haben wir hier dann noch irgendwie was? Irgendwas, was ich gucke ja hier auf der Kampfhaltung nur, was hilft mir denn mit dem physischen Angriff. Das ist ja nur so passives Rettungsgetöns. Na, also halt Resistenzen und so. Was haben wir denn hier bei der Verteidigung? Von 170 runter auf 140. Ich darf aber ein bisschen mehr Leben. Hm. Weiß ich noch nicht. So, und Nachtschatten. Hier die Magie gedöns. Ja, da können wir was machen. Das ist immerhin eine Aufwertung von 30 Schadenspunkte. Ist okay. Farben anpassen. Farbschema. Alles. Schwarz. Rockkümmelrot. Brustkümmelrot. Machen wir mal Seitenteile hier rot. Eine Schulter rot. Das geht immer. Umhang. Lassen wir mal, wie es ist. So. Ist aber ein knapper Rock. So. Ähm. Was wir auch nochmal machen können. Wir haben doch jetzt hier. Ach Gott. Die hat jetzt hier so einen Scheiß drin. Äh. Nee, es gefällt mir nicht. Was heißt da jetzt Schwarzmagier drin? Eisfeuer. Eilheiß. Äh. Nee. Bleib mal hier bei. War das das? Nee. Was hatte ich dir denn vorgegeben? War das das? Doch. Könnte sein. Ähm. Wir haben doch hier. Zwei neue Attacken. Irgendwas mit Stufe 2 und so. Feuergaststufe 2. Hm. Es ist Feuergaststufe 3. Hm. Hm. Da musste ich eben nochmal heimlich niesen. Einfach mal. Weil. Das wird mir alles nicht so wirklich viel bringen. Hm. Komm, nimm den Weismagier hier und dann. Ja, was packen wir da rein? Eilruinen. Führt dann eine Reihe schneller Angriffe aus. Die magischen Schaden verursachen. Und Bann ist, äh. Achso. Die Frage ist, was packen wir jetzt da rein? So, alles kack. Alles Mist. Ähm. Ähm. Ero könnte helfen. Ich hab keine Ahnung. Ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Äh. Ich glaube, ich packe Ero rein, oder? Na, zur Not können wir es immer noch austauschen. Blitzra. Vielleicht auch nochmal durch irgendwas anderes austauschen. Einfach für mehr magischen Schaden, weil die gelben Dinger immer so ein bisschen Zusatzschaden bringen. Einen höheren Multiplikator auf den Magieschaden. Ja. Wird schon irgendwie. Hoffe ich. Glaube ich. Ich hab keine Ahnung. Muss ja. So, jetzt aber nichtsdestotrotz. Wir wollen zurück. Letzter Aufenthaltsort. Ja, bitte. Und jetzt bitte ordentlich. Wir werden wirklich an Ort und Stelle teleportiert, weil sonst ne... Müssen wir halt wieder hinlaufen. Ich meine, ist ja nicht so wild. Aber trotzdem. Ja, hey, hallo. Yeah. Nein, nein. Du bist mit jemandem? Nein, ich habe einfach keine Antworten, wenn ich versucht, dich zu kontaktieren. Also, ich frage mich. Ich glaube, es ist nur die Interferenz. Der Chaos-Town ist wirklich etwas. Ich habe nie gesehen, dass etwas so Dense. Ich frage mich. Ich frage mich. Vielen Dank.